Motivierendes Video. Kamera, sie funktioniert. Ton, funktioniert. DJI-Kamera, Szene 1, Take 2. Klappe. Hallo, mein Name ist Eduard Herrmann. Ich bin 53 Jahre alt. Ich wurde in Bulgarien geboren, in der Stadt Sofia. Im Jahr 1997 schloss ich mein Studium an der neuen Bulgarischen Universität in Sofia mit einem Bachelorabschluss in Marketing und Werbung ab. Ich habe auch Werbepsychologie und die Leitung von Menschenteams studiert. Ich interessiere mich seit meiner Kindheit für bildende Kunst, da mein Vater und mein Großvater als Kameramen arbeiten. Ich kann mit Adobe Creative, Canva, Microsoft Office, Lord Press und anderen Programmen arbeiten. Ich habe meinen eigenen Podcast auf YouTube und poste Videos in den sozialen Medien. Ich pflege auch eine persönliche Website. Ich lebe seit drei Jahren in Attenkirchen, Deutschland. Ich spreche Bulgarisch, Russisch, Mazedonisch, Englisch und deutsche Sprachen. Meine Hobbys sind Petanke, Fotografieren, Videos mit Kamera und Drohne drehen, Motorrad fahren, Wandern, Mundharmonika und Geschichten schreiben. Ich bin ein Teamplayer, bin organisiert und kann in kritischen Situationen Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass meine Fähigkeiten für Ihr Team von Nutzen sein werden. Es wäre mir eine Freude, Sie kennenzulernen und Ihnen zeigen, dass ich der richtige Kandidat für die Stelle bin, die Sie anliegen. Auf Wiedersehen! Ende Ende Untertitelung des ZDF, 2020